recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter haben wir sind in folge nummer 44 von oxygen not included letzte folge haben wir den arbor baum den weg dazu bereitet dass der hier gepflanzt werden kann ich weiß nicht seht ihr das in dem kleinen bild sonst seht das gleich aber den haben wir da vorbereitet dann wollen wir dann gucken dass wir den da hinkriegen und ja dann werden wir gucken leitung ist glaube schon dran mit schmutzigem wasser dann sollte der wachsen und dann kriegen wir auch holz müssen mal gucken was wir aus holz alles machen können weiß ich jetzt auch nicht wilder rahmen oder sowas vielleicht alles klar dann würde ich sagen nach dem intro schauen wir weiter bis gleich so in diesem moment ist auch glaube eine forschung fertig geworden und wir haben hier auch noch was zum fertig machen da ist jetzt hier noch ein punkt zu vergeben für joshua der macht verbessertes bauen weil er das auch ganz gerne mag dann passt das ja dann können wir da raus und was war jetzt was wir machen wollten gute frage der aber bomb ist klar hier wird geerntet das schmutzige wasser wollten wir gerade achte die forschung war fertig das war's metall raffinerie mal gemacht sehr gut was haben wir hier noch metall ziegel auch gut das war es aber schon naja das bedeutet neue erforschung neues glück petroleum generator hier ist das mit dem essen darüber ist nix solar panel wäre hier oder eine sauna und die dampfmaschine dampfturbine ja hier ist das mit dem transport feststoffkontrolle das jetzt nicht was ich haben möchte hier gibt es glas zu machen ja nicht wirklich künstliche freuden sensoren das hier sind der testkrankenhaus wäre schon interessant ne surf simulator erzreiniger ich glaube ich kümmere mich mal hier drum ach das haben wir sogar schon espresso maschine oxylit refinerie aber das ist alles nicht jetzt was von nöten ist na so mal hier transitrohr also das ist ein rohr post jet anzug muster fenster ziegel aerotopf tageslicht lampe vielleicht deko wahrscheinlich deko kommen wir machen erstmal deko die fehlt uns sowieso und da wird auf kurz oder lang wird da was kommen gut ja hier ist jetzt nichts zu machen die wand ist da fertig das heißt wir können das wegreißen zerlegen hier vier kacheln weg machen bitte hier haben wir verschmutzen sauerstoff hier müsste man eigentlich gucken dass wir eine ordentliche luftschleuse hätten und wo hier das atembare gas auf jeden fall sauber ist also hier ist überall sauerstoff und das ist schon mal gut kein gaseingang sauerstoff warte mal da ist er dann lüftung gefragt und gasleitung ah der fehlt uns wohl sieben sind das die sind so schnell hier fertig das ist ja krass aber der puffle der ist da an der falschen stelle warte mal schnell ziegel hatte der letzte ziegel da unten er kann weg der brauche nicht aber hier schnell eine wand da ist auch einer gott das ist ja doof gelaufen oder es ist gut gelaufen schwierig zu sagen ne die sollen hier unten eigentlich sein haben wir überhaupt ein tierpfleger ne nicht da fertigkeiten ja hier da müssen wir auch noch ein haben wir zeitpläne haben wir sind denn einigermaßen die verteilt ja habe ich auch richtig gemacht schon wohl gut da können wir mit leben das passt prioritäten das ist es viehzucht und doch immer auch jemand nisbett macht das wäre schön wenn einer den vielleicht rauslässt oder muss der nicht raus ne den will ich nicht will das teil hier das ist ja auf sieben also sollte das auch passieren wenn ich weiß jetzt nicht wer den da rauslässt oder ob den da einer rauslässt das machen wir mal so ne hier ist essen essen ist noch kein problem das muss noch weg geräumt werden das ist auch okay ja was ist hier los wachstum gestört körpertemperatur 5 bis 30 grad und wir haben ja nur 30 grad das ist jetzt nicht so prickelne die können woanders hin eigentlich hier wächst es da so nur 26 grad vielleicht wird das ja noch die pumpe pumpt das ist auch gut so die können ja schon fast weg machen wir mal so ne sieht einigermaßen aus das läuft auch wo ist unser aber baum ja noch keiner gepflanzt oder was aber wir mir ohne pflanzen gedrückt das war unser problem gibt es auch eine prio ja ich will den ganz schnell haben hier schmutziges wasser läuft kommt da raus naja jetzt gerade irgendwie so ein bisschen komisch mit dem kreislauf da aus ok die leitung ist nur so gelegt wegen im anschluss daran alles klar passt aber frisches wasser kriegen wir auch wieder passt generator hier oben ist ein transistor transformator nicht transistor transformator ist auch fertig strom leitung ja ich mach das erstmal so passt schon wird schon klappen erstmal oder da ist auch noch so ein leuchttal wer macht denn hier musik ach da ok hier können wir wieder einen punkt verteilen winzey winzey ist hier schon gut winzey sollte noch grillen können machen wir aber nicht grüllen ist doof haben wir schon jemanden glaube oder hier er brennen aber macht linzey eine zweite aufgabe sollte auch nicht so schlimm sein so ach hier können wir noch dingens machen den weg sagen sitze richtung links sitze richtung rechts passt und dann müssen wir da leitung setzen sanitär passt also ne war noch mehr sanitär aber dann machen wir jetzt gerade eine leitungsbrücke und zwar das war falsch wir brauchen das passt und dann die leitung daran montiert so ist es richtig das ist frische wasser ja ich hoffe das klappt so ich hoffe das klappt so wo ist der aber baum ja er wächst vier prozent schon sehr gut ich weiß zwar nicht wo wir es brauchen aber wir haben es hier liegt verschmutzte erde ok die muss in den komposter und das heißt nicht verfügbar weil da voll ist okay das kommt aber mit der zeit das passt schon eierschalen gibt es nicht und da ist schon der nächste ok hier ist sogar tatsächlich was gebaut worden schon der dingens ist weg der der balsam die balsam linie ist weg und dann können wir den isolierten ziegel da gerade noch hin machen und irgendwie ist hier was und was mir gerade einfällt kohlendioxid phosphorit das macht das ne hier oben war doch was da haben wir doch was geguckt oder wollten was gucken wo ist denn das ding da neutronium sauerstoff ich glaube wir müssen das da mal weggraben den graben wir mal gerade einmal auf volle pulle wahrscheinlich ist da ein wasserstoff teil oder muss nicht ehrlich kommen mit voller leistung kann man sehen älter christian noch mal mit neuen ich hoffe da kann man sehen als ich ihn sieht hier nämlich mal aber wird leider nicht angezeigt vielleicht wird er da oben angezeigt ich weiß es nicht da ist er nein was ist es no risk no fun oder wie heißt das kann elli das mit dreien hier tja vielleicht hätten wir hier besser eine schleuse erst hinstellen sollen macht das sinn da eine schleuse hinzubauen wir machen es einfach und die machen wir mal auch gerade auf 9 so jetzt wird es ernst ich hoffe wir aktivieren jetzt nicht dadurch aber eigentlich nicht dampf schlot cool das bedeutet wenn wir da dampf haben dann müssen wir da was machen können ist aber heiß ne aber das hier ist schon mal die richtige sache glaube und das hier ist auch die richtige sache leitung ist schon angeschlossen strom strom ist schon angeschlossen wo war denn hier noch die lampe wir haben noch irgendwo eine lampe hingesetzt ne hat die schon strom gekriegt ja hat wohl schon oh da ist ein level up okay der dampf schlot ist das hoch ja ist hoch dann sollte das auch gesetzt werden ist vielleicht auch besser dass da was ist gut toiletten hier funktionieren das bedeutet die haben wir schon fertig gebaut warte mal wo war das hier mit den aufgaben hatte mir doch äh arbeitszeit dreistenswarte zeit wo waren denn hier die aufgaben oder war das das falsche kolonie zusammenfassung ne das war nicht hier kalorienerzeugung 3 entfernt 6 aufträge da 303 zu 266 ok wir haben noch aufträge alles ist gut oh ein pufflet ist hierhin geflogen das ist ja jetzt schade ne dass der nicht weiter runter kommt oder kommt er vielleicht runter äh jetzt müsste ich den quer setzen und dafür müsste ich hier ein stück leiter weg machen ne und jetzt fliegt er da hin dann hilft mir das nicht so ganz so viel wenn er jetzt hoch fliegt ja ist natürlich passiert ne war klar aber er fliegt wieder runter lassen wir das hier zerlegen schnell und dann nochmal schnell das auswählen drehen und dann da hin machen und ich hoffe dass der gleich runter fliegt und nicht hoch fliegt ja hat er gemacht und das machen wir mal auf 9 damit er schnell passiert Stinky ist nur da ne oder und Stinky geht forschen super Aufträge zum Aufräumen sind auch genug da ne ja aber es geht alles voran und der Schlot hier ich glaube den können wir gebrauchen da müssen wir nur gucken wie wir das hinkriegen ne ich sag mal erstmal für die Folge soll es auch reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keiner überhaupt macht da eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an damit wir jetzt das nächste Video hochladen gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao